Was siehst du, wenn du vor deinem Spiegel stehst? Nur Scherben oder ein Mosaik? Bist ein Kunstwerk, das in kein Rahmen passt? Das ist nur dieses eine Magie. Manchmal wärst du gern jemand anders als du selbst. Aber hey, dann wird was fehlen in dieser Welt. Ist okay, dass du bist wie die anderen bist. Ist okay, dass du tanzt so wie du wirst. Ist okay, wie du lachst, wie du lebst und du liebst. So bist du die beste Version von dir. Ist okay, dass du Kranken und Erden gehörst. Ist okay, dass du nicht in den Rahmen passt. Ist okay, wie du lachst, wie du lebst und du liebst. So bist du die beste Version von dir. Und er geht. Was siehst du, wenn du vor deinem Spiegel stehst? Du sei doch nicht so hart, so gesetzt. Dein Herz hat schon ein paar Schläge eingestückt. Doch du hast dich niemals versteht. Manchmal wärst du gern jemand anders als du selbst. Aber hey, dann wird was fehlen in dieser Welt. Ist okay, dass du nicht wie die anderen denkst. Ist okay, dass du tanzt so wie du das willst. Ist okay, wie du lachst, wie du lebst und du liebst. So bist du die beste Version von dir. Ist okay, dass du Kranken und Erden gehörst. Ist okay, dass du nicht in den Rahmen passt. Ist okay, dass du nicht in den Rahmen passt. Ist okay, dass du tanzt so wie du das willst. Ist okay, wie du lachst, wie du lebst und du liebst. So bist du die beste Version von dir. Ist okay, dass du Kranken und Erden gehörst. Ist okay, dass du nicht in den Rahmen passt. Ist okay, wie du lachst, wie du lebst und du liebst. So bist du die beste Version des Grunde. Die beste Version des Grunde. Die beste Version des Grunde. Danke.